Liebe Leute, gerade frisch reinkommt, vor 8 Minuten, ja, sehr, sehr frisch. Es gibt neue Changes für Season of Discovery. Und zwar kommt ihr am März 5 und am 5. März kommt auch der XP-Buff, by the way. Und zwar, das erste, was da kommt, finde ich sehr gut. Es ist ein Hunter-Buff für die Ranged-Hunter. Ja, finde ich sehr, sehr schön, denn wir hatten nur Melee-Hunter, Ranged-Hunter war komplett Trash. Wird ein bisschen gebabbt. Und zwar Schirmären-Schuss wird erstmal 20% mehr Weapon-Damage oben raufgepackt. Ja, finde ich gut. 20% Damage-Increase vom Weapon-Damage. Außerdem, wenn Serpent-Stink drauf ist, macht es nochmal 48% der Damage. Ja, das ist dieser Gift, oder wenn das Gift drauf ist, macht der Schirmären-Schuss normalerweise mehr Schaden. Das wird erhöht um 8%. Ja, finde ich gut. Und außerdem, Explosive-Shot, kriegt mehr Base-Damage, bevor der Attack-Power-Increase raufkommt. Also im Endeffekt nochmal ein Buff für den Aue-Schuss, für den Ranged-Hunter. Ihr könnt nicht beides zusammennehmen. Ja, die sind beide auf den Händen drauf. Wird nochmal erhöht. Aber, außerdem wird der Kav erhöht. Und Kav, soweit ich weiß. Kav ist, glaube ich, der Melee-Hit. Der Melee-Hit vom Hunter, richtig? Genau. Das ist der Aue-Cleeve. Das ist die Cleve-Ability vom Melee-Hunter. Wird auch gebuft. Minimal. Also, ich denke, Ranged-Hunter wird besser dadurch. Melee-Hunter wird auch wieder ein bisschen besser. Aber ich bin mir nicht mehr sicher, ob man Kav überhaupt spielt. Also, der Cleve wird besser dadurch. Finde ich solide. Ich fand Hunter ein bisschen... Also, ich fand schade, dass Ranged-Hunter so Mist war. Muss ich sagen. Dann haben wir den Magier. Frostfeuerball. Wir kriegen einen Base-Damage-Increase um 50%. Und es kriegen mehr Bonus-Spell-Damage obendrauf. Also, er hat die gleiche Value im Endeffekt jetzt wie ein Feuerball. Der Frostfeuerball. Der Spell-Frostball bekommt die gleiche Value wie der Frostball. Auch 50% Increase. Und 14% auf den Spell-Damage. Außerdem... Warte mal. Mage-Healing wird extrem gebufft. 88%. Spell-Damage-Increase. Auf Mage-Heal. Holy Moly. Jetzt muss ich ja mal in Discord posten. Äh, das ist ja insane. Mage-Heal sieht damit gar nicht mehr schlecht aus. Oder sehe ich es falsch? Also, Mage-Heal sieht ja richtig gut aus. Außerdem, Krone-Preservation-Mana-Kosten reduziert. 44%. Auch nochmal runtergegangen. Also, sehe ich das falsch an die Mage-Spieler. Sehe ich das falsch, dass Mage-Healer richtig gut aussieht jetzt. Bin sehr gespannt. Bin sehr, sehr gespannt, dass Mage-Healer hier raushauen wird. Diese Dinger bin ich nicht sicher, ob es das bringt. Ja. Aber das hier ist sehr krass. Also, dieser Change. Vor allem für den Aue-Heal zum Beispiel. Der gute Paladin. Ja, der hat sehr schlecht performt. Also, Red-Tree-Paladin war, glaube ich, einer der schlechtesten DPS-Specs, die es gibt. PvP waren sie sehr solide. Aber nicht im PvE. Das drum. Ja, ein Paladin-Buff finde ich sehr gut. Siegel des Märtyrers. Damage increased um 50% pro Swing. Ja, das waren 40. 10% Weapon-Damage Swing-Buff. Außerdem nochmal Siegel des Märtyrers. Das Judgment. Ja, wenn ihr es richtig total macht. Auch nochmal ein Buff auf dem Weapon-Damage auf 15% hoch. Ja, wenn ihr Märtyrer spielt. Macht auf jeden Fall mehr Damage. Außerdem. Jetzt kommt das Wichtige dazu. Siegel des Märtyrers. Kriegt jetzt Benefits von Talenten. die Siegel der Righteousness und Improved Righteousness beeinträchtigen. Ich kann das mal kurz zeigen. Mein WoW ist gerade gecrashed. Aber ich kann kurz mal zeigen, was damit gemeint ist. Das sollte auf jeden Fall den Paladin ein bisschen mehr in das Spotlight rücken. Ich bin mir nicht sicher, ob es gut wird. Oder ob es stark wird. Aber eigentlich sollte das ein ganz guter Buff sein. Ich gehe mal auf meinen Paladin rauf. Ich finde Paladin war gar nicht so bad. Die Problematik mit meinem Paladin war jetzt so ein bisschen der PvE-Damage. Muss ich sagen. Also PvP-Paladin fand ich super fein. Aber es war so ein bisschen die Problematik mit PvE. Siegel des Märtyrers. Die Problematik, die ich sehe, spielt man nicht göttlicher Sturm? Oder macht man das nicht mehr? Das ist das Siegel des Märtyrers. Habe ich auch öfter gesehen. Im BG zumindest. Und hiervon wird der Schaden erhöht. Und diese Siegel hier, die das beeinflussen, wie zum Beispiel das hier. Diese 15% gehen mit auf dieses Siegel mit rauf. Naja, 15% Damage. Bind ich in 10. Aber man muss natürlich dann hier rein specken. Als Shocker dienen oder Tank oder was man auch immer spielen mag. Ähm, sonst hat man glaube ich keins mit dabei, oder? Muss ich sagen. Es sieht auf jeden Fall ganz gut aus, die Änderung für Paladin. Aber es schreibt mal bitte in die Kommentare rein. Spielt man göttlicher Sturm? Ich bin kein Paladin-Spieler. Meiner ist 25. Ist auf jeden Fall ein Paladin-Buff. Na, definitiv. Der gute Warlock. Die Krimmüriere of Synergy in our Creations Damage stammt bei The Warlock and their pet bei 25% wenn it's active. Warte mal. 25% Warlock Damage obendrauf. Ähm. Ich bin mir nicht sicher, ob man die Rune spielt. Aber das ist diese Rune hier. Das ist diese Rune. Rune of Synergy. Das sind jetzt 5%. Aber das ging es halt. Eine 5% Chance. Dass euer Schaden um 5% erhöht wird. Und jetzt ist die Chance 25%. Ich bin mir nicht sicher, ob man das dann spielt. Weil 5% ist nicht wirklich hoch die Chance. Man könnte es vielleicht rein sneaken für... Man könnte es rein sneaken, wenn man irgendwie einen Lock fahren möchte. Ein 100er Lock oder so. Dass man versucht, das Ding mitzunehmen. Aber 5% Chance finde ich sehr wenig. Oder? Also die 5% bleibt, der Schaden wird erhöht. Und ich weiß nicht, ob das reicht, um das Ding meter zu machen. Das wird man höchstens spielen, wenn man einen Lock fahren möchte. Du willst einen Lock fahren und hoffst dann, dass dieses Ding prockt beim Bossfight. Dann vielleicht. Aber ich halte es nicht für sehr gut. Die Chance ist leider nicht so geil. Was sind die Alternativruhen dafür? Ist die Frage. Das Ding ist auf der... Wo ist denn das Ding drauf? Auf welchem Slot? Steht es irgendwie dabei? Okay, warte mal. Die Alternative sind 10% Fire Damage bei einem Crit für 10 Sekunden. Alles klar, dann wird man das ja niemals spielen. Also 10% Fire und Shadow Damage beim Crit ist doch viel besser als eine 5% Chance auf 25%. Dann ist die Alternative auf jeden Fall nicht so geil. Bin gespannt. Aber was wichtig ist. Die schlechteste Klasse, also die schlechteste Tank-Klasse im Game, bekommt einen kleinen Buff. Devastate Damage 50% mehr Schaden. Und dieser Devastate Damage geht vom DPS aus. Ich habe jetzt oftmals gelesen, Weapon Damage und so, nein. Der Tankkrieger aktuell, ich gehe mal auf den Warrior Raub, den ich hier habe, der spielt der Devastate, wenn er hier Prott spielt, mit einer Einhandwaffe. Und letzte Phase war es so, da wollt ihr eine langsame Einhandwaffe haben für Devastate, weil Devastate Weapon Damage Skalierung hatte. Mittlerweile hat Devastate Weapon DPS Skalierung. Wir haben hier Devastate. 100% DPS Skalierung. Es ist auf Deutsch Super Mist übersetzt. Während ihr euch in der Feindungswelle befindet und ein Schild trägt, verursacht Rüstung zu erreichen zusätzlich pro Sekunde Schaden in Höhe von 100% des Schadens eurer Waffe. Also das Ding ist komplett falsch übersetzt und macht absolut gar keinen Sinn. Ist aber so, ihr müsst auf den DPS schauen. Ja, zum Beispiel die Nadel hier hat 34,1 DPS, also Schaden pro Sekunde. Das ist der Wert, den ihr haben wollt. Dieser Kolben hat 31,1% äh, 1 Schaden pro Sekunde. Also ist diese Nadel für Devastate besser, obwohl der Schaden weniger ist. Nein, DPS Schaden. Deswegen, dieses Item ist gar nicht mal bad für einen Krieger-Attack. Das Ding ist halt beim Krieger, auch wenn der Buff relativ gut ist für einen Deep-Rod-Krieger, Fury-Pod natürlich nicht, außer Fury-Pod mit dem Schild, der wird niemals rankommen trotzdem. Der wird nicht rankommen an einem Enhancer-Shaman, an einem Warlock, an einem ähm, Paladin. Das wird nicht geschehen. Dieser Buff ist viel zu wenig. Weil ihr müsst überlegen, ich nehme mal diese Waffe hier und wir hauen damit mal auf den Mob drauf. Der Schaden ist absolut minimal. Und jetzt sind's 100%. Der wird um 50 erhöht. Letzte Phase habt ihr damit 300 Schaden gemacht. Jetzt macht ihr irgendwie, weiß ich nicht, 50 oder so. Naja, das ist sehr, sehr wenig. Natürlich, der Schaden wird immer höher. Ja, je mehr Stacks ihr drauf habt. Aber ich denke, Krieger hat ganz andere Probleme als Tank. Ja. Ich bin auch der Meinung, man sollte vielleicht Verwüsten einfach wieder so machen, wie es war, letzte Phase. Ich denke, dann könnte er wieder competitive sein. Aber ich bin mir nicht sicher, ob die 50% reichen, ehrlich gesagt. Also ich hoffe mal schon, weil ich finde, Krieger tankt geil. Dementsprechend würde ich es schon gerne wollen. Aber ob das reicht, boah. Ich bin mir nicht sicher. Was haut das Ding jetzt rein? Das macht 57 Schaden. 58. Also das wird nichts machen. Ihr müsst überlegen, mein Shaman Tank, guck mal, ich habe jetzt full buffed mit World Buff. Ich hau 85 Schaden mit der, mit Devastate rein. Das ist ein Witz, Leute. Mein Shaman Tank, der drückt mit einem Auto-Tag 800 Damage. Mit einem Auto-Tag. Dual Realt mit Flurry. Ja, da wird dieser Billow Buff wirklich nichts helfen. Also Krieger kriegt ein bisschen Liebe, aber wie gesagt, der Schaden wird sich trotzdem nicht rentieren. Auf gar keinen Fall. Und leider kommt es aktuell mehr auf den Schaden vom Tank an. Das waren glaube ich die ganzen Changes, die wir haben. Es sind nicht viele, aber sie sind auf jeden Fall in die richtige Richtung. Definitiv. Irgendwas mit Retail schreiben? Ja, die Leute weinen immer rum. Ist auf jeden Fall, denke ich mal, eine gute Idee, aber Krieger wird trotzdem nicht Meter werden. Das waren die neuen Patches. Gerade rausgekommen vor acht Minuten.